Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Julian Assange an die USA. Dort drohen ihm 175 Jahre Gefängnis wegen Spionage. In diesem Gefängniswagen sitzt der Gründer von Wikileaks. Draußen sein Chefredakteur Christine Harafensson. Wir sind hier heute und wir müssen gewinnen, sonst werden wir die Schmerzen über unsere Seiten sehen. Wikileaks. Das sind tausende geleakter Geheimdokumente, die die USA am liebsten verschwinden lassen würden. Überall auf der Welt recherchieren wir seit fünf Jahren zu Julian Assange. In Äquador, in Schweden, Deutschland, Frankreich, Mexiko, den USA, in Irak und in Spanien. Die Frau Assange ist ein Australischer Bürger, der in Äquador, in Londres, in 2012. Und er hat fast sieben Jahre alt als Asylator. Ich arbeite bei Julian Assange für eine Interviewkarte. Was haben Sie eine kleine Karte? Ja. Er war eine karte, mehr liebevolle und mehr liebevolle. Es ist egal, auf welcher Seite der Justizung du gehst. In August 2010, Julian Assange was visiting Sweden. He met these two women at two different occasions. Eventually, they accused him of rape and sexual assault. In the United States, it's a shame, contrary to the idea that we can all do the rights of human beings. Everything that happened was something concerted to stop it arbitrarily, Julian Assange, and give place to what is happening now, which is the extradition of the United States. He almost undermined the entire operation to get Osama bin Laden through his leaks. One of my successors at CIA characterized Assange and WikiLeaks as a hostile, non-state intelligence service. That's a pretty good description. WikiLeaks and Julian Assange conspired with a part of a Russian intelligence unit. We need your experience as an ex-CIA agent. Do I disagree with somebody like Julian Assange over his perspective on transparency and the need or not for secrets? Absolutely. Geheime Unterlagen. Ein Whistleblower hat sie uns zugespielt. Videos, Mails, Korrespondenzen und Spionageaufträge. Achtet auf alles, was ihr morgen aufnehmen könnt und dass das funktioniert. Die Botschaft Ecuador's, überwacht von einer privaten spanischen Sicherheitsfirma. Ich versuche es, aber anscheinend ist das Telefon aus. Okay, dann mach. Ecuador's Konsul wird überwacht. Der rote Umschlag ist der mit den Pässen von gestern. Davon hat er Fotokopien gemacht. Der Präsident von Ecuador verfolgt in einem Flughafen mit einem von Assanges Anwälten. David, spanischer Ex-Soldat und Chef der privaten Sicherheitsfirma. Man wirft ihn vor, Ecuador an die Amerikaner verraten zu haben. Mitten im Komplott. Auch sie ein Opfer. Stella Morris, Anwältin und Lebensgefährtin von Julian Assange. Es ist eine große Konspiratie gegen Julian. Es ist eine große Konspiratie, um ihn aus der Embassie zu holen, wo er Schutz hatte, und in eine Präsenz, und möglicherweise in eine US-Präsenz für den Rest ihres Lebens. Ja, es war eine enorme Konspiratie. Zum ersten Mal betraten wir die Welt Assanges am 11. April 2016. Der Wikileaks-Gründer redete mit uns über alles. Julian Assange, vielen Dank für uns. Seit dem 11. April 2019 ist Assange zum Schweigen verdammt. Er sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. An jenem 4. Januar 2021 muss das englische Gericht über seine Auslieferung befinden. Ja oder nein? Ein Jurist erklärt uns die rechtlichen Verhältnisse. Mein Name ist Nick Vamos. Ich bin Partner bei Peter's & Peter Solicitors hier in London. Ich spezialise in extradition cases. Ich bin der Vorher Head of Extradition at the Crown Prosecution Service. Does the United States often demand the extradition of an Ecuadorian publisher? Ich habe never heard of the United States demanding the extradition of an Ecuadorian publisher, although I'm not sure that's an accurate description of Julian Assange. Does the United States often demand the extradition of the founder of an international organisation supported by investigative journalists from around the world? Well, again, I don't think this is a situation which we've ever seen before. But Mr Assange is not being extradited for journalism and he's not accused of being a publisher. He's accused of committing criminal offences. And it just so happens that he is also the founder of Wikileaks. And therefore it's in that capacity that it's alleged he committed his criminal offences. So the concept, of course, is that nobody is above the law. Well, this was an argument that Mr Assange raised in court and it was rejected. And the reason it was rejected is because our court decided that this was not a political offense that he was being prosecuted for. Assange ist also weder politisch Auszuliefernder noch Herausgeber, sondern ein Krimineller. Antoine Wey, Assanges Anwalt in Paris, weist die Argumente der englischen Justiz zurück. Il est poursuivi pour avoir diffusé des informations qui sont vraies et qui mettent en lumière que les États-Unis ne respecte pas le droit et ne respecte pas dans certains cas la vie humaine. Il est privé de la visite de ses proches, il est dans un état qui ne permet pas un procès, il n'a pas eu droit à un procès équitable et il risque une peine qui est sans aucune commune mesure, avec les faits qu'on lui reprochait. On est face à un processus institutionnel qui envoie beaucoup de mauvais signaux. Vous savez, l'affaire suédoise, elle a commencé en 2010, elle s'est réouvert, elle s'est refermée, au gré à chaque fois d'une volonté toute simple de nuire à l'image d'Assange. Elle a été classée en 2019, évidemment les gens ont plus entendu parler de ça quand ça s'est ouvert que quand ça s'est fermé. Assange's Mitstreiter wissen, den Fall um die sexuellen Übergriffe in Schweden hat man ad acta gelegt. Sie kommen trotz Kälte und Polizei, um den Wikileaks-Boss zu verteidigen. Das Spruchband Freiheit für Whistleblower geht in den Müll. Stella Morris, Anwältin und Lebensgefährtin von Assange, wendet sich an Donald Trump. Mr. President, tear down these prison walls. Let our little boys have their father. Dann mischen die sozialen Netzwerke mit. Edward Snowden und seine 4.600.000 Follower bombardieren Washington mit Tweets. Der Richter gestattet es, die Anklagepunkte so oft abzuändern, dass die Verteidigung sie noch nicht mal kennt. Niemand kann hören, was der Angeklagte sagt. Das ist eine Farce. Mr. President, wenn Sie während Ihrer Amtszeit auch nur eine einzige Person begnadigen sollten, bitte, lassen Sie Julian Assange frei. Nur Sie können sein Leben retten. Die Auslieferung Julian Assanges ist ein infarmes Verfahren. Auch die erzrepublikanische Sarah Palin. Ein paar Jahre ago, I publicly spoke out against Julian, and I made a mistake. Und CNN. Assange steht nicht mehr auf der Liste der Begnadigten. Aber das kann sich noch ändern. Hashtag Pardon Assange. Sogar Fox News. This would be a great way for Donald Trump to stick the thumb back in the eye of these people is to pardon Julian Assange if he knows what's good for freedom of speech and freedom of the press. I totally, I didn't used to think that and I totally agree with it. Alle hoffen auf ein Ende von zehn Jahren Gerichtsstreit. Auf der Straße jubeln sie. Die Richterin lehnte die Auslieferung ab. Doch Christine Ravenson, der Chefredakteur von Wikileaks, wirkt verschlossen und findet harsche Worte. It is a day, a day with a win for Julian Assange. But we have to be cautious. It is not necessarily a win for journalism. Kein Sieg. Denn für das Gericht ist Assange nur ein seelisch labiler Mann. Weder Journalist noch Herausgeber. Die USA legen gegen das Urteil Berufung ein. Also ist ein weiterer Prozess um die Auslieferung absehbar. Am selben Tag ignoriert Andrés Manuel López Obrador, der Präsident von Mexiko, den Antrag der USA auf Berufung. Der Präsident von Mexiko, den Antrag der USA und 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 den Antrag der USA. Der mexikanische Präsident will Freiheit und Asyl für Assange. Am nächsten Morgen glauben sie vor dem Gericht von Westminster an eine mögliche Freiheit auf Kaution. Doch nur für einige Stunden. Das englische Gericht hat eine Freilassung auf Kaution abgelehnt. Die Argumentation der Anwältin, die Washington vertritt, war unerbittlich. Dieses Gericht sollte keinen Zweifel hinsichtlich der Kontakte hegen, der Fähigkeiten wie auch der Mittel, die Assange hätte, seine Flucht in ein anderes Land zu planen oder einfach in eine andere Botschaft. Die USA verwenden das Asylangebot des mexikanischen Präsidenten gegen Assange. Und nicht nur das. Seine früheren Aktivitäten, einschließlich seiner Verwicklung in die Flucht des amerikanischen Whistleblowers Edward Snowden, haben gezeigt, Mr. Assange hat die notwendigen Kontakte, seine Flucht zu planen. Die Hilfe für Edward Snowden als Argument gegen eine Freilassung Julian Assanges auf Kaution. Washington vereint damit seine beiden Public Enemies. Zurück in die Archive der höchsten amerikanischen Behörden. Mr. Assange ist nicht ein Journalist. Er ist ein Anarchist. Mr. Snowden ist unter Indikten. Er hat sich unter Indikten. Er hat sich mit, äh, mit Crimes. Mr. Snowden ist nicht ein Whistleblower. Er ist Accusiert von Leakten, Classified Information. Am 16. Februar 2021 fragt ein Journalist, den Sprecher des Außenministeriums, könnte Joe Biden, gerade neu im Amt, Julian Assange begnadigen? Assange gegen Washington. Washington gegen Snowden. Wolfgang Kaleck, der Anwalt des amerikanischen Whistleblowers, erläutert. Ja, Edward Snowden riskiert wegen der Übermittlung von sehr vielen Daten verurteilt zu werden zu einer über tausendjährigen Haftstraße. Und zwar unter erschwerten Haftbedingungen, also in Isolationshaft. Und dann nochmal unter speziell erschwerten Haftbedingungen, weil er sogenannter Geheimnisträger ist. Justement, le sort réservé à Edward Snowden aux Etats-Unis, comme Julian Assange, pour vous c'est quoi? Edward Snowden und Julian Assange sind natürlich über die letzten Jahre zu Symbolen geworden. Zu Symbolen, vor allem auch des Widerstandes gegen die massive Überwachung. Ich denke, viele Geheimdienste in der Welt haben ein Interesse an, so viel wie möglich über Julian Assange und auch über Edward Snowden zu erfahren. Und auch über die Personen, die mit Julian Assange und Edward Snowden zusammenarbeiten. Ein Verschwörungstheoretiker sein, um das mit Sicherheit behaupten zu können. Unterwegs nach Mexiko. Der Mann, der in beiden Fällen eine zentrale Rolle spielt, ist der ehemalige ecuadorianische Außenminister Ricardo Patiño. Und dann ist der Fall, der in den letzten Jahren eine sehr gute Möglichkeit hat, um das Thema Informatica zu machen. Aber es war ein James Bond, das war ein Thema sehr, 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 sehr. Er war ein Thema, um das Thema zu machen. Es ist nicht so, dass wir mit Großbritannien mit Großbritannien befrieten. Wir haben mit der Schweiz geöffnet. Wir haben mit den USA geöffnet. Wir haben mit den USA geöffnet. Wenn wir in der Analyse des Asiklo haben, haben wir uns auf den USA gefragt, ob es sich gegen Julian Assange gab. Wir antworten, weil wir nicht sagen, Sie sagen eine mentira, formalmente, in unserem Regierung. Aber klar, wenn sie nicht antworten, war es weil sie das. Klar, wenn eine Person, wie William Assange oder Edward Snowden, revela, dass sie nicht so sind, dann sie wollen. Die CIA, obwohl sie ein Organismus sehr starkes auf dem internationalen, ist nicht so starkes und nicht so starkes dann kommt die Mission Operation Hotel wieder hoch. Operation Hotel ist das Codewort für die Überwachung Julian Assanges in der Botschaft. Wir erhalten neue Videos, Audioaufnahmen, verschlüsselte Korrespondenzen, Berichte. Zugespielt hat uns diese Dokumente ein Whistleblower. Diese Daten stammen von der spanischen Firma UC Global. Ihr Chef David Morales steht im Verdacht, im Sold von Las Vegas Sands zu stehen. Ihr Gründer Sheldon Adelson ist ein Geldgeber von Mike Pompeo, dem Ex-Chef der CIA. Ich liebe meine Zeit mit der CIA. Das ist mein Kabeat. Er hier ist Mike Baker, ein Ex-CIA-Agent. Frage, könnte die CIA Operation Hotel unter der Hand in Auftrag gegeben haben? Ich will nicht dem Entschluss Julian Assange's importance, aber ich denke, dass ich ihn in der Ecuador und überlegen, was er auf ein Tag ist, ist das eine national Priorität für die US? Und gut ist er auch nicht, weil die Mission publik wird. Ob der Ex-CIA-Agent über die Geheimnisse der Agentur sprechen würde? Unsere Recherchen erzählen eine andere Geschichte. Die spanische Sicherheitsfirma ist in Las Vegas, um über Assange zu arbeiten. Diese Dokumente in unserem Besitz hat ein Ex-Mitarbeiter von UC Global, der spanischen Justiz, zugespielt. Er erhielt den Status als Kronzeuge. Diese E-Mail, verschickt über die Firmenadresse von David Morales, betrefft Bedarf IP-Adresse Las Vegas, USA, 10. Dezember 2017. Tags darauf. Zehn Tage später. Julian Assange erhielt gerade die äquadorianische Staatsbürgerschaft. Heute läuft die Operation Diplomatenpass. Konsul Fidel Narvaez wird gefilmt, wie er gerade die Pässe fotokopiert. Die Männer von UC Global werden plötzlich hellwach. Achtet auf alles, was ihr morgen aufnehmen könnt. Und dass das funktioniert. Der Mann, der tags darauf hereinkommt, ist Romy Vallejo, der Geheimdienstchef von Ecuador. Er soll denken, der Geheimdienst habe als einziger Zugriff auf die Informationen der Botschaft. Im Flur sieht man Konsul Fidel Narvaez mit einem roten Ordner mit den Diplomatenpässen vorbeilaufen. Bei seiner Ankunft schaltet Assange den White-Noise-Verzerrer ein. Ein Buch schirmt ab, was er schreibt. Und er wendet der Kamera beim Sprechen den Rücken zu. Der Angestellte von UC Global, der die Szene mithören soll, beschwert sich beim Chef über zwei Kollegen, R und T. Mit R und T verpassen wir viel vom Gespräch. Wieso? T hält den Mund nicht und macht Krach. Und R läuft ständig vorbei. Sag ihm, er soll seine scheiß Fresse halten, oder ich sag's ihm. Nach drei Stunden Meeting gratulieren der Geheimdienstchef von Ecuador und der Gründer von Wikileaks einander. Irgendwo in der Botschaft schickt der Mitarbeiter, der an der Tür gelauscht hat, seinen Bericht. Information 1. Die Koordinaten aller Telefone des Geheimdienstchefs von Ecuador. Information 2. Sie haben über Trump gesprochen, den Brexit, den Zulauf bei den Neonazis, den roten Umschlag, in dem angeblich die Pässe sind. Der Besucher spricht von einer sehr schwierigen Operation. Fidel wirkt nervös. Die englische Polizei ist seit 15.10 Uhr abgestellt. Die Operation vom 21. Dezember 2017 ist ein Flop. Assange sollte nach draußen geschleust werden. Warum ein Flop? Deswegen. Auf der Seite dieser NGO mit Links zu sämtlichen Rechtsdokumenten der USA, Schlüsselwörter USA gegen Assange, 21. Dezember 2017, finden sich sieben Urteile. Darunter ein, offensichtlich, geheimer Haftbefehl eines Bundesrichters. Unsere Dateien beinhalten weitere Informationen zu David Morales und wo er sich in den USA aufhielt. Achten Sie besonders auf Stella Morris. Über einen verschlüsselten Messenger-Dienst schreibt er am 14. März 2018. Ich kümmere mich um den Kontakt zu den USA. In einer Woche sollte ich nach Washington. Und dann kriege ich das Go oder das No-Go. Ich weiß, das hat vorrangiges Interesse. In Madrid wird an diesem Tag David Morales von den spanischen Richtern vernommen. Die italienische Journalistin Stefania Maurizzi, hier bei einem Treffen mit Julian Assange in der Botschaft, klagt gegen Morales. Wir begleiten ihre Anwältin Clara Torres. Ein Testigo Protegido hat eine kleine Materialien zu der Aussage auf die Aussage verteilt. In der Falle Stephania gab es Fotografie, die sich auf den Bedingungen vorzunehmen, wie die Schriftgäfte, die Möbeldaten, die Schriftgäfte, die in den Bedingungen vorzunehmen. Wenn man die Registung in den Beinen und die Nachricht auf den Ausgleichen, und die Schriftgäfte der Aussage auf den Aussage auf den Bedingungen vorzunehmen, haben sie die gleichen Fotografie, die auf den Aussage verteilt geöffnet haben. Wir versuchen unser Glück in der Region Sevilla. Die Büros von UC Global sind geschlossen, doch wir haben eine Adresse. Die zentrale Figur des Falles hat nun unsere Nummer. . . . . Ich bin der Herr, Herr Morales. Hallo, wir sind. Wenn Sie hier sehen, ist es hier. Ich habe es gesehen, hier oben in der Hall. Diese Geschichte und diese Fokalierung über mich ist mehr als auf falsche Falsche. Ich habe noch nicht geholfen, für die amerikanische Intelligenz, oder für die amerikanische Intelligenz. Wir sind in Kontakt mit Stefania Maurizzi, die Italiener kennen. Ja, ich habe ihn kennengelernt, weil er ist auch eine andere Person, die jetzt plötzlich sagt, dass sie auch an sie geholfen hat. In den Dokumenten, die wir sehen, gibt es Fotos von ihren Telefonen, mit den Telefonen. David Morales weiß, alle elektronischen Geräte Stefania Maurizis wurden abgehört. Doch der Quellenschutz einer Journalistin scheint ihn nicht zu interessieren. Was gibt es, Ich weiß, sie wollten, die Person, die Ihnen eine Information zu geben, was sie uns über die Einzigen. Und dann, wie er die Nachwuchs gesagt hat, in der Declarung, in der Angelegenheit, in der Angelegenheit, die ich so weiß, dass es nicht mehr als Flüchtlinge In der Abenteuerung hat es auch andere Menschen, die Senaim sind. Für ihn ist es ein von Assange und seiner Verteidigung konstruiertes Komplott. Und als Sieg nach ihrem die Geschichte, der Integrationspolitischen Sieg von Assange... Nach seiner Meinung war der exklusive Vertrag zur Überwachung von Julian Assange für seine amerikanischen Kunden von keinerlei Interesse, weder für die Verteidigung noch den Geheimdienst und schon gar nicht für die CIA. Wieder gerät Stella Morris, Anwältin und Lebensgefährtin von Julian Assange, ins Visier. Sogar mit ihren Babys. Diese Frau begann ein Beber, bei der Kommission, mit einem Kind. Die Kommission hat sich gefragt, wer ist der Beber. Die Kommission hat einen Beber gesagt, weil sie keine Beber sagen, dass dieser Beber ist der Frau Sanz. Nach dem Chef von UC Global wollte angeblich sein Mitarbeiter, der berühmte Kronzeuge, die Mission Windel auf eigene Faust finanzieren. Warum sagen die Verantwortlichen der Sicherheitsfirma Las Vegas Sands nicht offen, dass sie mit Operation Hotel nichts zu tun haben? In Paris kommentiert Pierre Martinet, ehemaliger französischer Geheimdienstler, heute wie Morales in der Sicherheitsbranche, das Leugnen des Spaniers. Lui, aujourd'hui, son objectif, qu'est-ce que c'est ? C'est d'essayer de sortir vivant, enfin, entre guillemets, de sortir vivant de cette affaire. Donc il ne va pas vous dire aujourd'hui que oui, je travaillais pour les Etats-Unis, oui, j'ai... Non, là, il adopte une technique bien connue, c'est de nier en bloc. Est-ce que les clients américains peuvent le menacer ? Ils doivent le penser, oui. Alors moi, je... Ces clients américains... Ils doivent être un peu inquiets. On n'aura jamais un contrat avec l'entête de la CIA et des sommes versées par la CIA sur un compte à lui ? Non. Non, parce que sinon, si c'est... Si un jour on trouve un contrat avec son nom et avec le stampel de la CIA, tout le montage ne sert à rien, en fait. Donc le but c'est justement qu'il n'y ait jamais le nom de la CIA qui ressort. Die journalistin Stefania Maurici, die geklagt hat, sagt uns... If I resume it, it's a conspiracy against him. I know that the cameras were filming, but I didn't know that they were recording. And I didn't know they were unscrewing my phones. No one asked for permission. I mean, that day when it happened, there was no one inside the Ecuadorian embassy. There was just Julian Assange, a guard from UC Global, and me. No one else. So, I mean, I did not unscrew my phone. Julian Assange did not unscrew my phone. So, I know, unless there are ghosts, unless there are supernatural entities, someone unscrewed my phone, someone took pictures, someone removed the SIM card, you know. If the judge can establish, beyond any doubt, that he was working, he was doing this kind of spying activities on US behalf, clearly, I mean, it's a huge, it's a huge problem for all of them. Because, you know, the reason why they use, the US probably use them, is for getting plausible deniability, which is how the secret services operates. Die Version von David Morales überzeugt auch Stella Morris nicht. Well, he's lying. I think it's quite clear that there was a hidden operation going on that Ecuador was not aware of. And that some information was given to Ecuador, just the routine information about who was coming in, which had been always done, that the normal security you would expect from an embassy who is having people come in. And then there was a whole separate operation that went well beyond what is legal. He's in trouble. It's foolish for him to continue to deny the obvious. And obviously we tried our best to have a private life inside this tiny apartment with, you know, dozens of cameras everywhere. That doesn't mean we had a private life. It is a big conspiracy against Julian. It's a big conspiracy to get him out of the embassy where he had protection and into a prison and possibly into a US prison for the rest of his life. Yes, there was an enormous conspiracy. He isn't in a position to speak because he's just struggling to survive at the moment. The problem is that Julian doesn't have time. He's in atrocious conditions, unconvicted in a terrible prison. This has been going on for over a decade now. You know, no person should have to pay a price for doing the right thing. There's a risk that he'll pay with his life. Keine Begnadigung durch die neue US-Regierung. Keine Freilassung in Sicht für den Wikileaks-Gründer. Keine Zusammenarbeit zwischen Washington und Madrid. Kein neuer Anhörungstermin in England zur Auslieferung. Wie sieht sie aus? Die Zukunft von Julian Assange. In the future for��igen another. toxicimpport an oil-аствor An oil-аствorous Colombia. Mysteriesassed.